oh gott leute uns geht es nicht gut uns geht es nicht gut wir sind wütend und verstehen die welt nicht und finden es unfair dass unsere oma so schwer krank ist die uns so viel bedeutet das ganze manifestiert sich hier anscheinend in der geschichte in unserem buch alles alles niederbrennen es ist ja schön eigentlich stimmt ja siehst du wie erhelmen ja manchmal macht die kaputt machen dann auch echt spaß es würde ich hochschweben aber jetzt noch ja dann springt das ist gar nicht an verpasst die ganzen glühwürmchen sagte sie mit hochgezogen du kannst doch erst rechts gucken aber aber ob wir es lieb jetzt da oben weiter so ich kann das ja hier nur wo an wackeln kannst du es jetzt anfangen wo müsste es denn anfangen ich dachte es explodieren ja ja ich dachte das ding wäre mit dem weg da oben ich glaube ich muss von weiter wahrscheinlich ach von ganz hinten ganz hinten du meinst du bist eine lange lunte hier haben sie sich verlegt hier kann man sie anzünden also schnell renn lauf robin noch mal stellen wir auch nicht direkt daneben das ist doch jetzt voll mit absicht dass die welt der mushrooms ist oder ja klar haben wir gelernt da rechts konntest du die pizza anzünden ok ja ja doch ich bin ich kann nicht zuhören oh oh ahem robin 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das wäre so runtergeschoben worden, glaube ich. Das wäre so runtergeschoben worden, glaube ich. Warum sollte ich das anfangen? Of course you can. Hm. Schnapp runter und dann nach links laufen. Ja, ja, ja. Stark. Oh, nur noch zweite, nicht? Wir schaffen es. Und schneller! Da oben ist eins. Über dir, über dir! Ah, shit. Wie wären wir angekommen? Wahrscheinlich erst anzünden. Wobei, welchen Effekt hätte das oft? Das ist egal. Oh nein! Das einzige, was wir dann nicht haben. Nein. Nein. Ah, Robin, du hast es nicht mehr versucht, aber sie hat auch nicht mal was gesagt. Oh Gott! Das ist alles, was du hast. Oh nein, oh nein, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Oh nein, wo bin ich so langsam? Schneller! 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 Ich bin! Ich bin! Ich bin! Ich bin! Ich bin! Ich bin! Robin! Du Wämmchen! Du Wämmchen! Stell dich! Tu was! Äh... Ich bin! Ich bin! Ich bin! Ich bin! Ich bin auf jeden Fall am Start bei dem Let's Play. Es ist einfach irre spannend, wenn man in der Küche kocht und auf dem Ohr Josh hat, wie er daran verzweifelt, ein Wort durchs Tagebuch zu ziehen. Ich bin auch sehr gespannt. Oh, danke auf meine schriftstellerischen Talente. Gucken wir jetzt mal, was passiert. Oh, wir sind getrapped. Ich spüße mit ihr. Empathie. Empathie, Empathie. Ich weiß nicht. Ich fühle mich nicht so Angst. Angst. Was soll ich Angst haben? Ich würde mich nicht schrauben, wenn ich dich wäre. Ich denke, die Masse. Die Geräusche. Die Geräusche schreit. Als sie Angst hat, hat sie eine Veränderung gebracht. Sie hat eine Veränderung. Du hast es wieder gemacht. Lumpf's Angst ist weg. Oh Gott. Lumpf? Wie süß du bist. Oh Gott, wie süß du bist. Lumpf scares Lumpf, wenn Lumpf so groß ist. Danke, Lumpf. Können wir so Pokémon sein. Hm. Ich schaue einen Dragen. Hast du ihn gesehen? Was? Dragen? Ich zeige dir. Aber erstens müssen wir hier rauskommen. Hm. Hm. Weil auf Deutsch stand da irgendwie, was ist ein Brache ist ja nicht dasselbe wie Wat Dragon. Ja, aber ich glaube, das war eher so eine Art der Sprache ein bisschen. Ja. So ein bisschen Kinder, die die Sprachen... Wir sind frei! Frei! Oh Gott, komm mit. Das ist das Vieh. Nein. Gut. Ich schlock jetzt. Kleines Lumpf. Hallo. 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 Heute, Sarah in der Schule hat mir gesagt, dass ihr Großvater hatte auch eine Strecke. Seine Lumpf war so lopsided. Und er sprach ein bisschen lustig. Jetzt ist er meistens auf der Stelle. Und auf der Stelle. Ich glaube nicht, dass Gran das genießen würde. Nein. Nein. Ich bin roter. Man sagte ihm, dass man da nichts machen kann. Mhm. Sie fühlte sich, als hätte sie sich verraten. Sie wollte, um zu gehen. Sie wollte, um zu gehen. Um zu gehen. Um zu gehen. Um zu gehen. Gran sagt immer... Okay, 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 okay. Schenke dir... ...wild. Deine Güter. Und du erhältst... Und du erhältst... ...dreifach... ...zurück. ...dreifach... 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 ...diäf... Weltfrieden, vielleicht doch mit etwas kleinerem anfangen Seniorenkochen, will sie aber nicht lieber, äh ich will sie lieber nicht vergiften Ja, also räumen wir unser Zimmer auf, oder was? Den Rasen von Herrn Perry mähen Ich glaube nicht, dass er mir den Rasenmäher überlässt Ich muss kurz mal den Tod abkürzen Oder mein Zimmer aufräumen Genau Das hab ich gestern auch gemacht Echt? Ja Ich hab doch, ich hab doch diese ganzen Meistern so aufgeräumt Stimmt Eine Stunde lang Das kannst du nicht sehen, weil es in den Schubladen ist Okay, wie, was wäre dein Motto gewesen? Für dein Zimmer Ich mag das auch ein bisschen Chaos Aber so sieht mein Zimmer jetzt nicht aus Das ist ein bisschen gemein Na guck mal, was ihr mal ist Zeit zum Aufräumen Ich hab mir was Besseres vorgestellt Na gut, ich zeig dir mal kurz, wie das geht Zack, 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 zack Na, wenn ich so aufräumen könnte, das wäre auch eine gute magische Fähigkeit Das kannst du machen, Jascha Das kannst du machen, Jascha Haben wir irgendwas vergessen? Den Mülleimer Da wollen wir reinhüpfen, glaube ich Der hat ein Ausrufezeichen Nein, schade Voll, Jenny Voll Setzen Was haben wir doch nicht aufgeräumt? Das ist immer noch alles hier Bett ist gemacht Da noch kurz abstauben Das ist schön da, zack, alles zu Ah Jetzt sind wir fällig Da war scheinbar Müll Ich hab gesehen, hab ich gesagt Und dann habe ich das Washing-up von Frühstück gemacht Wenn du morgen eine saubere Tasse willst Du kriegst hier wenige Erfolge zu gucken Es gibt auch eine Tasse Was glaubst du, ich hab morgen abgespielt? Nee, aber es gab noch zwei Tassen Was? Darum geht's ja gar nicht Ja, du tust aber so, als ob ich hier nur... Deine Berge sind aber genauso groß Das ist halt einfach so, wenn man zu dritt wohnt Und mit der Hand abwaschen muss Du gehst ja auch gut darum, ob ihr jetzt hier auf eine Folge verzichten müsst Damit ich sauberes Geschirr träge Auf was ich keinen Bock hab, weil ich Schmerzen habe Aber ja, ich muss, wenn ich das heute nicht mache Morgen werden die Schmerzen wahrscheinlich Schlimmer als heute sein, deswegen Easy machen gleich, ja Wann? Was sagt denn jetzt Papa? Kannst du die, wie in einem normalen Jump-and-Bahn Die Dinger einfach auch wechseln? Mit Durchfallen? Nee, ich müsste echt... Ja, dann mach doch mal das Säuberntiefe Das wäre auch eine Möglichkeit Das wäre mein nächster Dann hat er an meinen Füßen Er ist so eine komplette Schmerz Das hätte er gehabt Ja Soll ich das am nächsten Mal sagen? Ja Aber das hat Mama gemacht Oh Und wenn wir später ins Krankenhaus gekommen sind Und wer hat gestern stundenlang das Barzimmer gemacht? Ich war Walnut Ja Aber ich möchte jetzt hier auch ein bisschen Lob machen Was hat Papa da gerade gesagt? Das ist ja... oh, erstaunlich Oh, erstaunlich Oh, wow Gran was sitting in a chair Nein Und looking out the window Oh, die sieht so süß aus Sie war smiling So all the things I've been doing Have been working I just have to do more Easy wie Kirk Wundertätige Also ich sehe, jetzt denkt sie das aber auch Was ich erzählt habe aus dem Anime jetzt Denkt sie, sie muss mehr davon tun Und dann geht es noch besser Oh, Grünkohl lecker Bah Ehrlich gesagt, keine Ahnung Ist jetzt nur Grünkohl Aber Grünkohl Chips Ich schwöre es euch Die müsst ihr einfach klein reißen Und dann salzen Und ganz kurz in den Ofen Ich schwöre es euch Die sind der Hammer Okay Ich habe mit Zoe gemacht Okay Wenn Zoe das hört und du machst Dann haut Zoe dich Was ist eine Art Vegetable Torture Aber ich habe mir gesagt Es gibt schlimmeres Gemüse Aber wenn ich alles All of it Dann wäre Gran even besser morgen Ohne sich zu beklagen Wow Das schafft nur eine richtige Heldin Na dann iss mal Ja Du musst schon die Dinger einsammeln Ich muss wirklich selber Ran Nom 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 Wann mal Jetzt müssen wir hier Jetzt wieder hoch auf rein Oh Kannst du dich tragen Ja, das ist ja Cheating Wenn man quasi sich Ne, kannst du dich tragen Wollte ich auch sagen Und du hast mich nie mal Aussprechen lassen Aussprechen lassen ist was für Ich bin gar nicht gehässig Ich bin gar nicht gehässig Geschafft Das ist so lecker Ich bin auf Feuer heute! Ich rieb auf die Städte, zwei an einem Tag, nur um alles aufzunehmen. Pinky war sehr beeindruckt und schlappte auf meinen Feet all die Nacht. Ich dachte, Pinky wäre die Katze gut. Ach, wie süß! Danke, Pinky! Oh! Oh, jetzt kommt wieder Nacht in meinen Channel. Ich konnte nicht schlafen. Ich glaube, ich fühlte mich ein bisschen schade. Ich meine... Wer entscheidet, ob ich meine Kale esse? Na ja, Vater. Vielleicht? Vielleicht? Hm. 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 Awww. Das ist so süß. Sarah, Sarah, Sarah war von der Schule. Ich war so krank. Sie war so krank. Sie war so krank. Sie war so krank. Entschuldigung. Anders! Es ist auch ein Phänomen, das ich manchmal ein bisschen... Anders! Bitte! 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 Was ist denn dieser zarten Szene hier? Oh! Es ist einfach nicht so krank. Die Familie ist ziemlich religiös. Nicht wie Mutter und Vater. Da gibt es so ein Ritual, dass man ja so Zettel einwirft und man kann sich in jedem Tempel, schreibt man halt auch einen Wunsch drauf. Ich hatte mir ganz oft auch Gesundheit für meine Liebsten gewünscht. Deshalb geht es mir so gut. Ich weiß nicht so viel über Religion eigentlich. Ich mag die Geschichten. Es ist besonders der, der über den Arken. Und die alle Tiere zu retten. Oh, da ist der. Walheim. Ach, jetzt wieder der Wubi. Ich finde es so wunderschön. Ich liebe Walheim. Oh, mein Gott. Mhm. Wahrscheinlich so. Der Gräufe, alles klar. Ich wollte dich das Hübsche wegmachen. Das ist halt der Quark, der sich verteilt hat. Graham hat sogar gefordert, um sie zu beteiligen. Ja. Oh mein Gott. Ich habe sie gefragt, um sie zu tun. Ich habe sie gefragt, um sie zu tun. Sie hat gesagt, wenn es ein Gott gibt, sie sind in unseren Aktionen. Sie sind in unseren Aktionen. Wie wir helfen und lieben uns. Und wir lieben uns. Sieht mir richtig. Awww. Hab ich dir mal erzählt, das ist die erste Geschichte, die ich damals geschrieben habe? Eine Geschichte ist, die meine kranke Tante angefangen hatte zu schreiben, bevor sie am S gekriegt hat und die auch nicht weiterschreiben konnte und dann habe ich sie weitergeschrieben. Und meine Tante war ja damals, also, die ist ja in den Zwanzigern so krank geworden. Und als ich die aber angefangen habe zu schreiben, war ich eher so zwölf, dreizehn und die Figuren in der Geschichte haben halt schon geraucht, weil sie die halt als Jugendliche eher angefangen hatte. Und ich weiß noch, wie schnell ich den das Robin abgewählt habe in der Geschichte. Jetzt hört mir ja auf mit dem Quatsch. Richtig witzig. Und die hatten auch alle so witzige Namen, also alle eher so aus der Generation. Okay. Schauen wir an unserer mal weiter hin. Having escaped the flaming caves, Lump and Robin ventured into... Into... Ah, klassisches Setting. Ich würde... Was? Da verbraucht diese Wörterung? Man... Oh, Lump hier ist super, ne? Kannst du dich gucken? Oh, Lump ist echt hier so rum. Hm. Ja, ich weiß auch nicht, was das hier ist. Ne, ich weiß auch nicht. Karkoitis? 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 Ich google das schnell, warte mal. Warte mal. Aber ich kann mir das nicht merken, wenn ich mir sowas schreibe. Karkoitis. Kaa... Kooitis. Karkoitis. Karkoitis. Okay, also nein, warte, sie übersetzt das ja. Unkontrollierende war es... Also, ne, warte mal. Ne. Das ist ein Verlangen nach... Steakfrucht, Grünkohl, Melone. Naja, Grünkohl, oder? Was? Na, okay, mach was. Um im Thema zu sein. Sour fruit. Britisch, Englisch. An uncontrollable urge or desire. Ja, ja. Ja, also ja, genau. Unkontrollieres Verlangen nach. Also, aber nicht spezifisch. Aber das heißt, dieses Wort bedeutet das. Verlangen nach etwas... Ja, aber ich glaube, das ist auch eine Krankheit. Also, es ist als wirklich ein festes Wort. Lumpi! 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 Kolumbi, was gibt's? Wir müssen es folgen. Lass uns gehen, Lump! Es gibt keine Lichter, die nichts folgen, das geht... Waaaah! Waaaah! Lump! Also ein Gnühwürmchen, ein kleines Mädchen und so eine Flamme machen sich auf den Weg. Ich spreche eine Flamme. Oder? Da-da-da? Da-da-da-da-da-da-da-da. Mooo? Gehenst du denn? Kläuse Unterzeichnungen? Die sind schlaugig! Sie sind nur Grabhafen, Lump! Hebel nach Hause hatten wir nicht. ודע. Und dann... Die grönen Wald. Schmerz. Verabredet. Robin hat keine Ahnung. Home? Du erinnst es? Ja. Das ist weshalb ich das mache. Du erinnst es. Du erinnst es. Aber du erinnst es. Du erinnst es. Du erinnst es. Du erinnst es. Ja, ja, ja. Wie komme ich denn jetzt noch hin? Kannst du es wieder hochheben? Das ist gar nicht so hoch. Jenny? Jenny, Jenny. Ja, wir haben jetzt nicht so viele Fähigkeiten. Okay. Aber danke für den Tipp, wollte ich gerade sagen für das Kompliment. Einfach durchschweben. Oh, Lumbi bescheißt wieder. Weil Lumbi muss gar nicht auf unserer Ebene sein, ne? Guck mal. Ne, der schwebt davor. Das wird schon frech. Ja, aber sonst hätte man für den eine Animation bauen müssen. Die Drain haben unsere Feuerflüge. Ich versuchte, dass ich sie zurückkomme. Warte mal, mach ich das hier? Warte mal, mach ich das hier? Warte mal, erstmal Pokimaster hier vielleicht noch wer. Aha! Genau, meine Level. So, jetzt muss ich mich aber hier nicht stellen. Wir können nicht mal anzünden. Ne, weil wir haben ja Lumbi. Komm, Lumbi. Holst du ihn nochmal hoch und guckst, ob es links noch so ein Lumbi gibt? Hm? Hm? Vielleicht geht es ja. Du weißt, jeder. Also ich mach's. Ich seh's aber auch nicht. Ja, aber... Hätte ich gemacht, wenn ich die wäre. Gutes Level-Design hätte da was versteckt, hast du recht. Warte, erst... Warte, ich muss da aber schnell lang, aber ich will da runter. Warum? Das ist geil, die Musik. Wieso hast du mir denn in den Augen gemacht? Du hast wirklich Peter... Also das ist natürlich nicht Peter und der Wolf, aber was du meines ist Peter und der Wolf. Ja. Es gibt diese großartige... Ich hab das als Scharplatte. Ja. Also genau diese mit Instrumenten, deswegen konnte ich das früher alle. Ja. Ich glaube, es ist die dritte Fargo-Staffel. Da gibt's in einer Folge so ein Intro, was quasi mit Peter und der Wolf ist, wo jede Figur dann aus dieser Staffel quasi beschrieben wird mit Instrumenten. Das ist so ein gutes Stück Fernsehen einfach. Wie zum so eine Serie. Oh! Big Stone! Hm. Ich weiß nicht, für mich diese Schallplatten... Hier hat er auch drei Fragezeichen-Rätsel um... und so als... Lumpi? Und Bindetu? Lump-Small. Lump-Nutzlos. Lump-Small. Lump-Nutzlos. Das möchte ich auch sagen. Ich bin auch kleiner als ihr beide. Kann ich das sagen? Ich kann nicht abwaschen. Ich bin zu klein. Jenny, klein. Jenny, schön Nägel gemacht. Und dann sehen die danach nicht mehr schön aus. Das hat mich grad echt gekillt, ey. Lump-Small. Humen, du bist das beste Humen dennler auf dem denn zu'S. Hm, nécessaire! Humen... Oh Gott! Du bist so süß! Komm, würde ich behalten. Wir lassen dies mal an. Hnung. Es fällt gut, dass die.... H MOR Transmith Er kann halt schweben, also. Dass hier noch nicht alles in Flammen steht um uns rum, ey. Der ist nicht silly, der ist ein Kind. Comic-Relief-Charakter, ey. Zudem ein strange, sauerer Schmuck, cutt durch die Luft. Lumpf weiß, dass es das Schmuck ist. Was ist es, Lumpf? Das sieht aus, Lumpf aus. Ah, gut, gut. Lumpf weiß, Frut. Das macht meine Augen auf Wasser. Du magst wirklich, Lumpf? Du bist ein strangeer Mensch. Wir müssen gehen. Jetzt! Aber... Aber die Frut... Okay... Okay... Nerv mich. Okay... Ich würde ihn nicht mitnehmen. Wir können noch um die nächste Ecke. Das ist aber auch Schlusswort. Wie, haben wir nicht erst zwei Folgen aufgenommen? Ich muss ja nur abwaschen. In der ravaged forest. Ich dachte ich. Ja, muss ich auch. Und vor allem erst mal am Boot essen vorher. Ich weiß immer noch nicht, was ein Drache ist. Das ist halt so süß. Hä? Ach so, du musst schweben. Ich muss schweben. Ach, Josh, ey. Mach dir besser auf wie so ein Lumpy. Ich würde noch den Moment erleben, wo Lumpy den Drachen sieht und dann so... Äh... Hubert? Tschüss? Aber er sagt... Ich habe immer keine... ...Dragons. Hey! Ähm... Robin? Woman, no fly. Like Lumpf. Haha, hast du gut gemerkt. Haha, hast du gut gemerkt. Nein! 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 Wir sind so nah. Was sei denn, die Autorin sah. Wir brechen einen Baum. Oh nein! Oh! Können wir jetzt irgendwas machen? Wir können bestimmt jetzt irgendeine Fähigkeit anwenden, wenn er da ist. Genau! Was ich hier hier machen? All bei mir selbst? Silly, human. Lumpf, nicht nur Lumpf, ist in Food. Danke, Lumpf. Robin wusste, dass sie nicht... ... die kleine Halle der Feuer für irgendwas. Wow! Du bist okay, Lumpf? Ja! Das ist ein bisschen gemein. Du hältst ihn jetzt immer vom Essen ab. Oh, da unten ist noch so'n Ding zum einsammen. Ja, ja. Streck. Ähm. Weiter nach links. Ja. Sorry, Lumpf. Hehehe. Hehehe. Das war großartig. Das war großartig. Ich weiß nicht. Wir können alle Jenny ihm jetzt aufmunternde Worte noch spendieren. Oder was? Sowas wie gute Besserung, Jenny, weil es dir nicht so gut geht. Oder sowas wie gut wasch. Gut wasch. Gut wasch. Können wir einfach mal ein schönes gut wasch jetzt in die Kommentare legen. Ja, bitte, ganz viele. Wenn es fünf sind. Dann? Denkt sich Joshua aus, was Jenny die nächste Folge für Blödsinn macht. Aber wahrscheinlich wird er noch nicht die Folge hochgeladen. Naja, also die nächste Folge, die dann kommt. Das hat überhaupt keinen Sinn. Naja, sobald wir das hochgeladen haben und Kommentare... So kriegst du Leute motiviert hier? Gut wasch. Ach, das sind zwei Wörter. Wörter mit Ausrufezeichen bitte. Das kriegen die Leute hin. Ich weiß ja nicht. Ja. Dass du denen da nicht zu viel zutraust. Wir finden's raus. Bis dahin. Bis dann. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.